Jo Leute, was geht? Wir kommen zu einem neuen Video, diesmal auf der neuen Map, die wir tatsächlich noch gar nicht so häufig gespielt haben. Aber wir versuchen auf jeden Fall heute mal unser Glück und gucken mal, was dabei rauskommt. Mit dabei ist Aris, die Ente, ne? Das hab ich verkackt. Ich will die Antwort nicht machen, Mann, ich verkack das immer wieder. Genau. Lass mal so drin, das ist voll super. Oh nein, ich verkack das immer wieder. Jetzt kommt wieder ein Spieler von Aris. Ich krieg das nicht hin, ein Stream fällt mir da leichter. Ich bin dann so, okay, du darfst nichts vergessen, dann musst du das alles so von unten runterzählen. Und dann bin ich so, jetzt hab ich doch irgendwas vergessen. Sobald du anfängst, drüber nachzudenken, verkackst du es. Dann ist es vorbei, ja. Das ist auch bei mir so. Das geht auch mit der Erfahrung irgendwie nicht weg. Ja, bei dir ist das alles so fließend. Ich hab auch schon das Gefühl gehabt, dass ich es vielleicht einfach mal aufschreiben sollte, und das so runterlesen sollte, aber dann find ich so geschwillt. Na gut, du darfst nicht vergessen, dass Aris das seit 2017 macht. Ja. War doch so, ne? Ja, ein paar Jahre dazwischen. Ich seit drei Monaten. 13. April 2017 wurde mein erstes Video hochgeladen. Unterschied von damals zu heute ist eigentlich nur die Qualität. Tatsächlich ist sie am Mod fast genauso, wie sie früher auch war. Ich zeige die hier gleich. Ey, du machst ja auch, täglich machst du auch gefühlt mehrere Videos so, ne? Never change your running system. Ich scheiße die Leute mit Content zu. Ich habe auch so Vlogs, das ist bei dir alles so easy peasy, locker, flockig, und ich hab mir dann wirklich nicht erst abgekackert. Ich brauche mal jemanden von euch, hier. Ich bin neben dir. Achso. Hi. Für den Vlog habe ich aber auch ein bisschen gebraucht. Na, das geht. Wenn ihr euch gerade fragt, welchen Vlog den von der Gamescom kommt. Hältst du da? Feuer. Hör. Ich soll her zeigen? Okay. Nein. Mit dem Rohr. Weg. Mit dem Rohr. Rohr. Nee, aber das Thema Vlogging, da dachte ich auch so, das sieht immer so easy aus, aber wenn man die Kamera dann selber mal hält und dann da so die Menschenmengen hat noch bei, es ist gar nicht so einfach. Aber ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr mehr zu machen. Ich bin gerade einmal im Kreis gerannt, weil ich nicht gecheckt habe, dass der andere Weg ist. Ah, geil, die haben Blackbeard. Die haben Blackbeard unten im Security-Bereich. Hier? Half-Life quasi. Breach geht auf. Breach. Ach, kacke. Ich habe mich viel zu sehr von dieser Cremo ablenken lassen. Das ist doof jetzt. Okay, ich kriege ihn nicht. Einer ist Lock. Einer ist, äh, Nock. Entschuldigung, nicht Lock. Nock. Da kannst du eine Conte gleich rauswerfen, Sarah. Okay. Oh, halt auch nicht, nee. Oh, Gott, viel zu offen. Links ist einer drin, ne? Ja. Nice. Da ist noch einer. Ander am Breach. Ist durch. Oh mein Gott. Nein. Lol, was für ein Badluck-Timing jetzt. Ich konnte nicht mehr nachladen. Ich konnte nicht mehr nachladen. Was? One outside. Du siehst ne Claymore. And one left. Zu your left. Zu zweit Claymore. Ja. Es war so klar. Ja, ja. Das war klar. Ungünstig. das war nicht smart von dem gespielt als scheiße wie ich mich habe weg und lassen bei mir und war nämlich auch eine kleber und ich habe die ganze zeit angeguckt war schon am überlegen okay alles da ich muss zuerst die kleber wegballern und dies und das und zwar überhaupt nicht darauf gefasst dass quasi der kleber der blackbeard rumstand scheiße das war ein bisschen unglücklich passiert aber das liegt daran an der fehlenden map knowledge was war mit mir ich mag den skin ja das selbst so sehe ich morgen aus wenn ich kein kaffee hatte das ist so ein das ist so ein kristall skin aus dem shop das ist der das ist ein kristall skin aus dem shop war gar kein skin an es geht auf mein waffen skin oder dann ist gegen den smog so das war ich dachte was gewesen level 100 so ich dachte über den waffen skin und woher ich das weiß ich habe bis jetzt jeden werdet fast gekauft und durchgezockt alter wie viel kohle hast du denn bitte jubi in den arsch gesteckt ähhhhh ok ok ja euer ehren euer ehren habe ich aber bei es hat es gibt mir auch gemacht keine weiteren fragen euer ehren mal ohne scheiß ich habe mir für mirage habe ich mir ein skin geholt und jetzt habe ich mir gerade nicht mehr installiert weil projekte abgeschlossen weißt aber ja ich glaube um die tausende um die tausende werde ich wahrscheinlich einen soft da gelassen haben auch so an skins und so ich habe nie was gekauft geht es an elite gar nichts nur battle pass und sowas nur diese kristall skins für die waffen die habe ich mir geholt drei stück kristall skins ja so ich weiß gar nicht kann ich ja ja kristall skins das smaragd emerald ne was gibt es denn da alles ich weiß gar nicht auf hier hört sich interessant die kommen wieder von der selben seite und machen den gleichen scheiß nochmal das heißt gleich geht ja hier geht auf ja geht auf ich bin zwei leuten in die arme gegangen finca und bloß das war das skybridge kann das sei dass er hier öfters der zwei yellow ping drei yellow ping die kommen jetzt gleich von dieser rückseite wo sarah und ich immer super gerne durchbüchen oh mein gott ja auf den stairs ist der lion ja und der lion fristen ganzes mech wieder ich habe ihn nicht getroffen doch ich habe ihm in kopf geschossen sogar mit dem zuzuschauen macht mich so unglaublich traurig ganz ehrlich sagen die map ist es nicht kann ich so nicht sagen wir haben die map öfter bei aris im stream gespielt geschaut geschaut wenn dann habe ich geschaut twitch link in der beschreibung sowie youtube gleiches gilt halt für peach weil die ist auch und ich verlinke zu wie sich das gehört exakt ihr seid süß in den streams läuft die map super also keine ahnung da haben wir schon sachen da habe ich leute flambiert mit aris ist alles schön dass das keiner geklippt hat ne es nervt mich komplett dass die leute teilweise nicht klippen ich muss mir irgendwie mal eine clip taste oder wenigstens streammarker taste mal auf dem stream deck legen habe ich auch ist super praktisch auf jeden fall dann habe ich irgendwo eine markierung und kann mir den scheißen rausklippen es war eine richtig geile situation teilweise dabei wo wir hier auf leer die maps haben wir dreimal glaube ich gespielt und dreimal gewonnen ja ähm same strats drei viermal gefahren und drei viermal gewonnen bei mir ist es halt so entweder läuft die map halt wirklich gut oder sie läuft einfach unglaublich schlecht also eins von beiden ja aber bei mir läuft es gerade auch so richtig semi optimal das ist schon wieder so ne scheiße keine ahnung liebt seine gegner findet ihr mir vielleicht die äh hashes ja hier ares ping vier äh ping drei jaa danke und hier waren noch nicht zwei ja ping fünf noch eine ja ping fünf okay ah dankeschön hm yo welcome passen ähm komm rein Er sagt, komm rein, versperrt die Tür. Wir werden doch eh wieder gleich zu zweit irgendwo rumrennen. Ein Schild, oder? Ja. Machen wir die Decke auf. Nein. Ja, die Decke auf und ich bin direkt reingelaufen. Wir haben Jekyll, Alter. Hatten wir den nicht gebannt? Ah ne, es war davor, das Mensch. Pass auf, nur Aim. Geh mal in die Camps. Einer ist Armory Hallway, ich hab keine Ahnung wo das ist, Ping 1, über euch irgendwo. Nee, nee, piech nicht. Und Schild in der Door zum B-Spot. Yes. Einer ist On-Site. Und... Rend jetzt zur anderen... Oh, Ping 1. Noch einer kommt hier rein. Zwei kommen rein. Ping 1 einmal. Einer noch oben, no Aim. Einer On-Spot. Ping 5. Ruhe. Es ist genau hier. Rend jetzt weg. Ist nicht mehr hier oben an der Decke, nicht mehr hier oben an der Decke. Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Du hast mich sowas von brillant abgelenkt, dass er gar nicht in der Decke abgeämt hat. Nee, die... Die... Das da oben hat mich nicht gejuckt. Ich wusste nur, dass er da weggelaufen ist. Den da oben habe ich komplett ignoriert, also der war mir juckig. Echt? Alter. Okay, aber das war trotzdem ein saftiger WTF-Moment, ey. Ich dachte ohne Scheiß, ne? Ich dachte, du machst jetzt ein Ace. Hätte ich auch. Du hattest es... Alter. Auf der Zunge. WTF, das hatte... Das habe ich voll gefühlt, die Nummer, Alter. Da bist du richtig souverän. Ui! Na gut! Finka hat halt nicht damit gerechnet, dass ich noch rumziehe. Ich versuche jetzt mal... Ich versuche jetzt mal Finka und sowas. Ich nehme noch eine Nate mit. Genau. Das ärgert mich gerade so. Das ist unglaublich. Alles gut, mach dir da keinen Stress. Mund abrischen und weiter geht's. Du hast trotzdem einen unglaublich schönen Try gezeigt. Ja. Ja, war supi. Dankeschön. Sehr gut den ersten Messern ausgewichen. Spaß, nein Joke. Aha. War gut gespielt. War gut gespielt. Nein, nein, er war gut gespielt wirklich. Erste Sahne mit Kirsche oben drauf. War schon ein bisschen fies, ne? Bisschen. 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 Ja, die haben ja was zum Aufmachen. Da ist er rechts gestandener. Der ist halt jetzt weggelaufen und ab da habe ich ihn halt aus den Augen verloren. Dass meine Cam in einer Reception stehen. Der ist halt unglücklich gelaufen, wenn ich das so sagen darf. Alles gut. Wie gesagt. Born Peak hier unten. Ping eins. Born Peak. Oh. Ding. Da bin ich falsch gespawnt. Da unten. Ping eins. Ja. An der Door. Da. Lass mich. Das müsste sogar die Bakery sein. Is dead. Nice, nice. Dankeschön. Saftiger Call. Vielen, vielen Dank. Wenn du den Boost brauchst, müsste ich sagen, ich bin Finca, ne? Vorsicht. Ansicht. Ohna. Als ob die. Ich geh mit Sarah. Hm? Ich geh mit dir. Ja, hier steht einer. Widgel. Jawoll, gib ihm. Perfekt. Auf den hallway. Oh nein. Ungünstig. Aber Widgel hat ja 40 HP bestenfalls. Der ist angeknuspert. Mach ihn mal auf. Auf der Reds Ping liegt einer. Genau da. Ping 2. Eckistatung. Ich bin mir rechts. Ruk smooth. Dort ist meine Bass mit mir rechts. Deraríast¥ Free von accurately für alle Cornels Permien. Ja, der richtige AUT überleicht hat. Das hat meine Erfahrung in pourrait- Europe machen. Weil die Lage zu gouvernieren ist. Nein! 됐. Ja, der left. für showc licensed Robys zurückholen. Echt gegen die Eck hast und Fotos drin. Ja, ja, geradeaus durch. Hier? Oder hier? Nee, nee, geradeaus durch im Raum ist Rook. Da? Nein. Geradeaus bei Richtung Diffuser. Ja, also hier. Ja, rechts auf. Ja. Im Raum. Im Raum ist er. Ja, aber ich habe hier noch einen zweiten irgendwo. Was? Loll! Left side probably? Ja, ist links von dir. Ja! Ja! Ey. Sauber, Pichwals. Oh, war das beautiful. Ja. Danke für die Calls, ey. Da waren wir auch uneinig. Sehr schön. Oh, dieser Stress hier. Nur eben. Du, da? Nein, da. Da? Nein, da! Wenn wir zusammen wohnen, müssen wir mal so ein Pulsmessgerät holen, in dem man ein OBS anschließt. Ich muss unbedingt mal wissen, was wir beim Zocken für einen Puls haben. Und dann blende ich das euch hier irgendwo mal ein. Einfach mal just for fun. Was so richtig funny wäre, wäre auch so ein Eye-Tracker. Boah. Ich würde zu gern mal wissen, wo ich die ganze Zeit mit meinen Augen eigentlich hinschaue. Nein, nein, das will ich gar nicht. Ich glaube, die Hälfte der Zeit schaue ich immer in Menschheit. Ich glaube, mein weiblichen Charakter, da würde der Blick, glaube ich, ganz genau irgendwo drauf nehmen. Ah ja, ah ja. Ne, da bin ich tatsächlich gar nicht drauf. Dann spielen wir nur noch männliche Operator. Definitiv. Dann zocke ich aber nicht. Oh, Tachanka Elite. Mhm. Oh yeah, Tachanka Elite hat schon was. Ja, so ist das. Ich sag mal so, ne? Bei Ares wär's schon kriminell, wo er über alles hinguckt, ne? Hä? Ich mach doch gar nix. Außerdem gucken darf man gegessen wird zuhause. So ein Ding. Genau. Als ob... Ja, genau. Als ob du irgendwelchen Weibern hinterher guckst. Nö. Kannst du es mir nicht gerade sagen? Nein. Nein. Also, nein. Bewusst jemanden hinterhergucken mach ich nicht, ne. Nö, nö. Nö, wirklich. Ich bin ja in einer Beziehung, ne. Warum soll ich da jemandem bewusst hinterherglotzen? Scheiße, die haben ja gewonnen hier rum. Fuck. Dein Motto lautet? Ja, gucken kann man. Ne, ich werd jetzt nicht beschämt auf den Bogen gucken, wenn mir eine weibliche Person entgegenkommt. Also... Das will ich sehen. Schön, dass du von Ingame-Charakteren einfach auf die reale Welt ziehst. Auf Real Life, ne. So ratzfatz. Da ist das Schäfchen so unglaublich schnell drin, wenn es um solche Sachen geht. Ja. Hallo? Beute verteidigen. Ähm, joa. Ich muss... Ich halte zu Ares, ne. Männer halten zusammen und so. Ja, wahr. Ich finde da jetzt aber auch nichts Verwerfliches dran. Nein, absolut nicht. Safe gibt's bei der Frau auch irgendwie Leute, wo sie... Oh fuck you! Kapkan ey. Äh, wo sie hinterherguckt vielleicht. Also in Anführungszeichen hinterhergucken. Nee. Jetzt hab ich zu euch geguckt, weil ihr's eingeschlagen habt. Ich hab nichts gerafft. Ja, schönes Ding. Noch einer. Hä? Äh. 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 Geh da einfach mit dem Sch... Oh mein Gott, bitte. Ist close, close zur Tür. Ende. Äh, nur ihm. Äh, Sarah. Mein Gott. Hä? Als ob der... Wie verwirrt dein Name so. Will der mich nicht abschneuern, dem? Also ihr... Äh. King 1. King 1. King 1. Hier, Tür. King 1. King 1. King 1. Äh. Walk away. Ja! Nur ihm! Ey! Alter! Scheiße! Ey! Scheiße! Ey! Wie krass grad der Random verkackt hat. Ich hab dir gerade zugeguckt, ne? Der hat da aufgemacht und übertrieben viele Schüsse gebraucht, um da überhaupt den Typen mal Platz zu kriegen. Ah, Hipfeuer Scheiße. Hast du mitbekommen, was du Calls ich grade gegeben hab? Ich wollt Sarah ansprechen. Hast mich an. Ja. Hab erst... Hab Ente, hab No Aim und dann hab ich erst Sarah erwähnt und dann war Sarah schon tot. Der Name irritiert mich immer, wenn sie Ente ohne Aim heißt. Ja, ich muss mich mal umbenennen, aber irgendwie... Als ich das letzte Mal versucht habe oder so, da hieß es von wegen, dass ich mich nicht umbenennen kann. Cool. Mach doch The-Man. Nee, du kannst ja auch einfach so einen Streamer-Namen machen. Also du kannst ja hier dieses bei Options und dann Privacy kannst ja Nickname machen, ne? Aha, ich hör's immer noch auf Deutsch. Ja, aber ist doch doof. Irgendwie. Keine Ahnung. Also das ist halt rein theoretisch halt für die Leute, die streamen, dass die halt nicht gesneapsed werden können, so. Na, weil der In-Game-Name für die jeweilige Runde halt einfach komplett anders sein könnte als... Das ist auch nicht wieder gut. Dein echter. Da hat Rainbow dann doch mal ein gutes Feature reingebracht. Ja, aber das kannst du auch super gut umgeben, wenn du einfach mal die Person auf Blocken setzt und dann eine Freundesinfrage schickst, weil dann siehst du nämlich, das sind den richtigen Namen. Also es ist an sich eine gute Idee, aber nicht komplett durchdacht. Ja, ja. Das ist das. Ideen sind gut. Äh... Wie in der Klassenarbeit. War stets bemüht. Mhm. Apropos Klassenarbeit... Ich glaub, die haben von... Ähm... Nein! Oh, ich weiß nicht, wie der eine hieß. Der hatte so ne komische Maske auf, deswegen konnte ich nicht zurückgehen. Noel, kann gut sein, dass er da unten nochmal Spawn pickt, ne? An der gleichen Door, wo Vakery im Watt war. Ja. Oder Aros. Hallo. Ja, ne. Alles gut. Ja, alles gut, ne? Ach, scheiße. Ich wollte ne Drohne werfen. Ja, die Door war auf dem Backen gepanscht. Sorry. What the fuck? Was ist heute hier mit der Runde los? Also Hallway ist nichts. Scheiße. Ich wollte ne Drohne werfen, was wirft so Kontaktnade. Aufstärs, aufstärs, aufstärs. Weiß nicht, ich hab heute eingeladen. Der Raum hier rechts ist wieder frei. Wo ist Aros hinter dir? Und die Tür hier ist wieder zu. Hast du Vakery oder Rook? Ah, scheiße. Okay. Ich wollte nach unten springen, weil ich wusste, ob wer auf der Treppe ist. Loll. Ich hatte Iana dabei. Ich hätte auch mein Geldschild nehmen können. Ich trotte. Warden ist onside. Ich war eigentlich schon hinter der Wand. Ah, vorne ist doch. Hier dahinten. Direkt an der Bombe Ping 2 habe ich jemanden. So, da rüber. Warden, Ping 2. Ja, komm. Oh mein Gott. Ja, die kommen jetzt alle. Ja, der wird den Hallway pushen. Wie dumm kann man eigentlich sein? Nein, der ist durchgepusht. Ja, ich wusste es. Ja, schade. Oh. Aber nice try. Nice try, ja. Das ist so unsere Map habe ich in Erinnerung, ne? Und das war es auch schon wieder mit dieser Runde, Leute. Falls euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Abo. Sehr, sehr lieb. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Da sind die Kanäle von Aros verlinkt. Einmal Twitch und YouTube. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mit einer definitiv besseren Map, hoffentlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye. Bis dann, ciao.